Also und willkommen zu König von Deutschland und zum nächsten Video. Gleich nachgelegt. Dieses Video ist wahrscheinlich kurz und sehr direkt und das heißt Sodbrennen. Was tun bei Sodbrennen? Woher kommt es und wie kann es gehen? Ich hatte letzten Donnerstag, habe ich verschiedene Sachen gegessen und dann war ich irgendwie abends einkaufen und habe mich einfach nur nach vorne gelehnt und während ich mich nach vorne gelehnt habe, kam irgendwie Magensäure hoch in meinen Hals und es war so ein Schwall Säure, das habe ich noch nie in meinem Leben gespürt. Das war super unangenehm, das hat gebrannt. Kurz habe ich gedacht, ich ersticke an dieser Magensäure und dann war es wieder weg und ich dachte, ich will es nie wieder haben. Es war echt ein Kackgefühl und am Sonntag hatte ich es noch einmal wieder. Da habe ich Gitarre gespielt, habe mich nach vorne gelehnt und etwas Magensäure kam mir den Hals hoch und wieder dieses Gefühl, oh Säure brennen in meinem Hals. Und da habe ich dann zum zweiten Mal entschieden, dass ich das nie wieder haben will in meinem Leben. Also ich weiß es nicht für Leute, die das chronisch haben, Sodbrennen, wie ihr das aushaltet. Hier ein paar Vorschläge, woher das kommen kann und wie das geht. Natürlich gibt es verschiedene Arten von Sodbrennen. Ich möchte nicht sagen, dass alle Arten so sind, wie jetzt die, was ich beschreibe. Aber für einen Otto-Normalverbraucher wie mich ist es jetzt, sage ich mal so hier, grob gesagt, die Ursachen und die Lösungen. Also Sodbrennen kommt von Brennen. Das heißt, ihr habt eine Magenhitze. Ihr habt Sachen gegessen, die erhitzend sind und brennend sind und irgendwie scharf. Wie schon sagt ihr, die Magenhitze. Scharfes. Also ich hatte zum Beispiel gegessen an dem Donnerstag davor, hatte ich ein bisschen Apfelessig sozusagen gegessen. Und ich weiß nicht, was ich noch alles hatte. An dem Tag, wo ich am Sonntag das nochmal hatte, hatte ich Zwiebeln gegessen und eine scharfe Soße. Das heißt, da kann es natürlich auch dran liegen. Hier steht Fleisch, Wurst, Gegrilltes. Also praktisch schwere Speisen, gegrillte Speisen, erhitzende Speisen können zur Magenhitze führen. Und dann Emotionen wie Wut, Ärger, Groll, Stress. Wenn ihr sozusagen Ärger runterschluckt oder wenn ihr versucht, etwas im Leben zu verdauen, was euch eigentlich anäzt und wo ihr versucht, einen Ausweg für das Problem zu finden oder ihr denkt, das hätte jetzt nicht sein müssen. Das kann sich durchaus auf euren Magen negativ auswirken. Genau. Also hier steht runtergeschluckte Wut, runtergeschluckte Ärger, Groll, Stress. Druck entsteht da unten auch. Also das heißt, entweder ist es zu viel oder zu heiß. Also das ist richtig wie so ein Druckluftding. Schokolade und Kakao hatte ich an dem Tag auch gegessen. Scheinbar steht hier, Schokolade und Kakao sind auch so erhitzende Sachen. Ich weiß, dass sie auch in der TCM bei Bitter drinstehen. Also Bitter, Feuer, eigentlich gut für Herz und Dünndarm. Aber ja, also manchmal kann das eben erhitzend sein für den Magen. Das ist ja wieder dann was anderes. In diesem Fall sagt sozusagen die TCM wieder eher basisch ernähren. Ganz klassisch Reis, Gemüse, Kartoffeln, Rote Beete, was man eben so macht. Und eben diese Sachen, die man nicht braucht, eher weglassen und reduzieren. In diesem Fall normalerweise sagt auch die traditionelle kinetische Medizin, tierisches Eiweiß eher vermeiden. Vor allem eher Milch und Joghurt. Und weil das kühlende Sachen sind und schleimende Sachen, die euren Körper eher kalt und träge machen. Aber in diesem Fall löffelchenweise Joghurt oder Kuhmilch kann da helfen, sozusagen das wieder runter zu kühlen. Es steht dran vor allem speziell Kartoffeln, Kürbis oder Congee. Congee ist wohl so ein Reisporridge, also Reis zwei Stunden lang gekocht. Das ist sozusagen eine Suppe, wo der Reis in all seine Bestandteile und Fasern zerkocht wird. Und ich habe an dem Tag dann Haferflocken mir warm gemacht mit Reismilch oder Hafermilch und habe das gegessen und habe mich dann wieder gut gefühlt. Wie gesagt, bei der Ernährung nicht mit einer Sache übertreiben. Euer Körper braucht an verschiedenen Stellen verschiedene Sachen. Soweit dazu. Und seitdem hatte ich auch keinen Reflux. Was hier, glaube ich, nicht steht und was mir noch einfällt, ist, ich habe an beiden Tagen einfach das Essen nicht in mich reingeschlungen. Aber am Donnerstag habe ich das so in mich reingezwungen, weil ich dachte, ich muss jetzt noch schnell wohin. Und ich esse jetzt, bevor ich da hingehe. Und ich wollte das eigentlich gar nicht essen. Nicht, dass es jetzt eine schlechte Mahlzeit war, aber das war so eher Zwang und Eile, was der Magen nicht so mag. Dann habe ich da, glaube ich, eher schnell drauf noch getrunken. Das heißt, war ein bisschen lieblos, war hastig. Dann dazu Wasser oder Sprudel getrunken. Alles nicht so intelligent. Nach dem Essen solltet ihr ruhen und ein bisschen das Essen verdauen lassen. Und am Sonntag war zum Beispiel der Fehler. Es war sehr scharf, sehr voll, sehr heiß. Dazu habe ich natürlich dann auch noch so gegessen. Und hatte dann auch noch einen langen Tag hinter mir und habe mir dann auch keine Ruhe gegönnt. Also ganz klassische Fehler, die ich hoffentlich nie wieder machen will, weil dieses brennende Gefühl im Hals ist echt zum Kotzen. Spirituell gesehen natürlich auch wichtig, wenn ihr soweit noch guckt, wollt ihr es auf jeden Fall auch wissen. Ja, ihr seid sozusagen auf der Suche oder es gibt etwas, was euch im Leben anärzt und euch hochkommt. Und dieses Problem sozusagen, ja, also ihr habt es runtergeschluckt und versucht es irgendwie zu verdauen, aber es will nicht. Und da müsst ihr gucken, was es ist und dann vielleicht wieder einen Gang zurückschalten oder noch mal gucken, gibt es dafür eine kreative Lösung. Ich muss sagen, für die Sachen, die sich jetzt dann mir sozusagen gestellt haben, habe ich dann auch keine direkten Lösungen gefunden. Aber manchmal das Problem zu erkennen und zu sagen, ich will wieder daran arbeiten und daran was machen, ist schon vielleicht auch ein Knackpunkt, wieder in die positive Richtung zu gehen. In dem Sinne, wir sehen uns und bis zum nächsten Video. Ciao.